Nein, es ist nicht. Es ist nicht die zweite Wand. Es ist noch. Es hat sich wieder verändert. Wir sind immer noch im Alten. Es ist noch das Ende. Wir sind noch vor den Kredits. Können wir aufmachen oder? Können wir nicht. Was machen wir hier? Zurück ins Zimmer. Vielleicht können wir uns verstecken. Das war der Plan. Schnell hin da. Verstecken wir uns. Spiele nicht mal mit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich will nicht mehr spielen mit dir. Oh, sweet Unicorn. Please take me to your Rainbow Kingdom. So now we're playing hide and seek. I love that game. No, leave me alone. All right, just so you know. My game is the only thing keeping you alive. Is that one more of your life? I will live forever with Benjamin and there's nothing you can do about it. Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time. And his ugly paintings. Oh no, you don't talk like that about my Benjamin. I mean, you know what? I'm done with you. I want you to live. Right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me. Missed for you, this is only the beginning. You, silly little child. Another toy for my collection. Mrs. Zartan. The leibhaftiger. You're mine to play with for eternity. I'm sick of you being a bully. You'll see, Benjamin will come back and save me. No, we made a deal. You crossed the path. And now you're mine. Benjamin? Oh. How did you get here? There's nothing you can do about it. The music. Benjamin? Benjamin? Ha, 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 ha. No. No! Bye, yumi! Ach du Schreck! Was ist passiert? Woher? Das Haus! Wir werden es auf dem Boden futschen. Ist alles wieder normal? Benjamin, schau mich! Benji, bist du hier? Wir haben eine kleine Puppe hier. Ich glaube, dass ich das wieder herausfinden muss. Ich werde einige Veränderungen machen. Aber erst möchte ich Benjamin finden. Unbedingt! Benjamin, gehst du außerhalb? Hm, eine Puppe. Nummer 8. Auch schon freigestellt. Hedro 8. Morco kommt, öffne die Augen. Er ist die Stimme in deinem Kopf, die dich in den Wahnsinn treibt. Morco ist gekommen. Öffne deine Augen. Ja, das haben wir mittlerweile auch herausbekommen. Nennen wir ihn Morco. Benjamin, wo bist du? Keine Hucke, über den wir springen können. Aber hoffentlich ein Happy End. Wir gehen raus. Mami? Oh, da ist die Mami. Hier ist der Mami. Ich bin zurück. Mami? Don't ignore mich. Are you angry because I couldn't get the happiness for you? What's happening? Mami? Ach du Schreck. Sind sie Keister. Ist die Mutter enthast? Das gibt es doch gar nicht. Ach du Schreck. Was haben wir denn da? Nein, nicht. Der Ärmel. Der Arm. Was habe ich im ersten Part gesagt? Jetzt test schon. Die Glitzer-Truppe, das ist der Ärmel, die Haare. Ach du Schreck. Ich habe da so eine Ahnung. Sie konnten sie nicht mehr retten. Wir gehen. Bengi, warte. Hast du mich irgendwo anders genommen? Weil ich nichts gegen sie habe. Aber ich muss mit meiner Mutter erst sprechen. Mit der Botschiräne. Mami. Mami. Ich gehe zu etwas anderes. Mit Bengi, okay? Er ist der Vogel, den ich mag. Ich bin ein kleiner Mädchen, du weißt. Das ist das, was ich bin. Ich glaube, ich bin deine kleine Missfortune für ein paar Mal. Aber du musst jetzt deine eigene Glückwunsch finden. Das ist doch traurig. Ich bin ein kleiner Mädchen. Wo gehen wir hin, Benjamin? ein portal eine andere welt betreten wir die andere welt gehen wir ins jenseits er will es uns nicht sagen er will es nicht verraten wir sollen mir einfach folgen hier stimmt wieder etwas nicht Da passieren Dinge. Ach du Schreck. Was geschieht hier? Was ist los? Wir folgen Benjamin einfach weiter. So, ins Jenseits. Sind dies hier von hoch und ersehnen. Auf den Weg ins Jenseits. Fahrscheusen gegangen. Ja, Skelett. Ja, dann mal weiter. Nicht in der Zwischenwelt festhängen bleiben. Ach du Schreck. Was geschieht denn hier? Eine Brücke. Aus fliegenden Steinen. Oh. Ein letzter. Wahrscheinlich ein letzter. Und schon freigestellt. Hey Dol. 9. Überall in der Nähe scheinen Unglücke zu verschwinden. Tief im Nebel besiegst du ihn. Ja, 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 ja. Das hatten wir. Dann müssen wir ihn. Dann gehen wir mal in den Sieg. Benji? Ja, folgen wir ihm. Das war die ganze Zeit unsere Mission. ihm zu folgen. Ich weiß nicht ob das so gut war. Aber wir tun es einfach. Im nächsten Mal. Wie bist du? Ich bin eine kleine Frau. Frau Fortune. Das ist wie ich bin. Frau Frau Fortune? Ja. Du kannst das sagen. Gut. Geht rein. Wir erwarten dich. Der hat mich erwartet. Das kann ja nicht sein. Ich wusste selbst nicht, dass ich herkomme. Was geschieht? Wir haben uns schon freigeschaltet. Das haben wir erst. Und da haben wir die Credits. Haben wir das Spiel durchgespielt. Das war wohl das Ende. Das Ende des ersten Wortes. Das Ende des freundlichen Ones. Wenn man es so will. Wenn wir auf Benjamin hören. Ihm folgen. Und mit ihm in den Zehensatz gehen. Der zweite One folgt so gleich. Aber erst im nächsten Stream. In den nächsten Streams. Schauen wir mal. Wie lange wir dafür brauchen. Ich meine. Wir kennen jetzt die Sachen. Und wir werden dafür vielleicht ein bisschen schneller. Wir brauchen. Ein bisschen weniger Zeit. Am zweiten One. Der folgt noch. Das könnt ihr wissen. Am Sonntag im nächsten Stream. Wenn wir da mal weitermachen. Und nochmal von vorne starten. Diesmal hören wir mal nicht auf den Fuchs. Sondern auf den Dämonen. Auf den Bösen. Und sind mal so ein bisschen. Machen alles anders. Als wir es bisher gemacht haben. Und halten mal Benji für den Bösen. Klingen wir vielleicht ein schlechteres Ende. Trauriges. Ein nicht Happy End. Das ist also das Happy End jetzt gewesen. Ich denke mal. Dass das das Happy End ist. Wenn wir jetzt Morgue fliegen. Morgue. Also Mr. Boyce. Für den Guten halten. Und dem jetzt vertrauen. Ich weiß nicht. Ob das das bessere Ende ist. Wären wir vielleicht für immer verbannt. Verbannt und verdammt. Wer weiß es. Oder spielen das Spiel für immer. Für immer und ewig. Sein Spiel zu Ende spielen. Ich bin gespannt. Was das. Was der zweite Mal. So ergibt. Schauen wir mal. Da ist doch der Morgue. Ja. Und wer das nicht sehen will. Da lässt es jetzt bleiben. Der guckt nicht weiter. Ist beim nächsten Stream nicht mit dabei. Und guckt die nächsten Parts. Der Stream läuft sich nun nicht an. Die nächsten Parts. Mal schauen wie ich das aufteile dann. Ja. Im nächsten Stream dann der. Der andere. Der Morgue. Der Morgue. Ich nenne den jetzt mal Morgue. Ich nenne den jetzt mal Morgue. Das war jetzt der Benjamin One. Und jetzt spielen wir den Morgue. Also nicht jetzt. Aber im Anschluss. Im nächsten Stream. Gut. Na dann. Das war doch. Das war doch. Jetzt im ersten One. Was ich für den ersten One. Mal sagen kann. Ein sehr schönes Spiel. Das ist doch. Ja. Bisher doch eigentlich. Ist doch ganz gut gelaufen. Und schien doch ein halbwegs. Gutes Erbens zu sein. Wir haben das Ende erreicht. Wir haben. Ähm. Ja. Schönes Spiel. Sagt Noir. Mordo sagt das nicht. Noir sagt das. Ja. Ja. Created. Bei Unity. Adventure Creator. Lili. Lila. Süß. Das ist ja nicht. Und bei Kill Monday Games. Ein Spiel von Kill Monday Games. Glückwunsch. Ich hab's durchgespielt. Ja. Nur. Glückwünscht mich. Und wir starten im nächsten Stream. Ein neues. Game. Aber. Und machen einen neuen One. Aber für diesen One. Jetzt erst mal für dieses. Für diesen Stream. Sag ich jetzt erst mal. Dämmchen nach oben. Dass sie gefallen haben. Lasst ein Abo da. Und wenn ihr neu auf meiner Kanal sind. Und wenn euch dieser erste Run. Gefallen haben sollte. Und dann. Geht's im nächsten. Stream. Weiter. Little Miss Fortune ist noch nicht zu Ende. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Ciao. Im nächsten Part. Ein neues Spiel. Da geht doch. Bis dann gleich. Das war's für heute.